Hallo ihr Lieben, ich bin wieder mehr für euch da. Ja, ich darf momentan nicht auf der Bühne arbeiten, was für mich bedeutet, ich werde viel zu Hause sein und werde wieder hier vom Wohnzimmer aus arbeiten dürfen, sprich YouTube machen, YouTube Videos machen, YouTube Live Videos, YouTube Videos allgemein und möchte da wieder sehr, sehr viel mit euch agieren. Und da möchte ich vor allen Dingen sehr, sehr viel auf meinem Zweitkanal Kol Gnichel machen. Einige jetzt so, was Kol Gnichel, was ist das denn? Kol Gnichel findet ihr einfach YouTube.de slash Kol Gnichel, mein Zweitkanal, da könnt ihr mich anrufen. Da gibt es schon ein paar Videos, ich glaube ich habe vor anderthalb Jahren das letzte Video hochgeladen und werde demnächst ganz, ganz viel da wieder machen. Und zwar, das nächste Thema wird sein, am Mittwoch 22 Uhr, live auf Kol Gnichel, wird das nächste Thema sein, Coronavirus, wie seid ihr davon betroffen, beziehungsweise von der Maßnahme, seid ihr vom Coronavirus direkt betroffen oder von den Vorsichtsmaßnahmen? Und wie leidet ihr darunter? Was macht es bei euch vielleicht alles kaputt, so wie es zum Beispiel mich daran hindert, einfach weiter zu arbeiten? Aber mich interessiert, es gibt ja so, so viele verschiedene Geschichten da draußen und das interessiert mich einfach auf Kol Gnichel. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, euch Mittwoch 22 Uhr in der Leitung zu haben und mit euch darüber zu quatschen. Mal gucken, wenn da ein großer Andrang ist und viele Leute mit mir quatschen wollen, machen wir da vielleicht ein paar Teile raus. Ich werde auf jeden Fall mehrmals die Woche jetzt auf Kol Gnichel streamen. Wir sind da leider mittlerweile dadurch, dass ich so lange da nichts mehr gemacht habe, unter die 1000 Abonnenten gerutscht, was bedeutet, dass ich definitiv aus dem Partnerprogramm da rausgeflogen bin auf den Kanal. Das möchte ich gerne wieder ändern mit eurer Hilfe, wenn ihr nett seid, hilft ihr mir dabei, dass wir erstmal wieder über 1000 Abonnenten kommen. Das heißt, am besten alle, die das jetzt hier sehen, schnell rüber zu Kol Gnichel und den abonnieren. Und wir müssen auch über 4000 Watchtime-Minuten kommen. In zwölf Monaten muss man, in den letzten zwölf Monaten muss man immer 4000 Minuten Watchtime haben. Die erreicht man natürlich, indem man die Videos guckt. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Videos guckt, beziehungsweise anschaltet. Und das ist ja so ein Labervideo, da muss man ja gar nicht aufs Bild gucken. Ich habe halt gehört, dass das viele tatsächlich nebenbei während der Hausarbeit gemacht haben oder manche zum Einschaffen und so. Lasst es laufen, lasst es laufen, tut mir den Gefallen, das gibt alles Watchtime. Und dann kriegen wir das wieder hin, dass ich auch mit diesem Kanalpartner bin und dass ich da Werbung draufschalten kann. Und dann werde ich auch tatsächlich mehrfach Werbung in dieses Video schalten. Am besten vor jedem Anrufer werde ich dann wieder Werbung schalten und ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Und wenn ihr ganz, ganz lieb seid, dann guckt ihr euch auch die Werbung bis zum Ende an, weil das ist momentan tatsächlich eine Möglichkeit, wie man mich unterstützen kann momentan. Weil ich ja anderweitig momentan nicht arbeiten darf und würde mich darüber ganz, ganz doll freuen einfach. Und ja, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Bei mir ist es sogar Doppel-Win-Situation. Ich habe wieder ganz viel Kontakt mit euch und ja, und habe da vielleicht ein bisschen Taschengeld, womit ich dann momentan ein bisschen arbeiten kann. Ihr versteht mich schon. Ja, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn es heißt Call Gnichel, auf dem anderen Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ich freue mich auf euch.